mit rivalisierenden Gruppen oder Sicherheitsbeamten Schlägereien liefern. Diese finden spontan, mittlerweile aber sogar hauptsächlich organisiert an abgesprochenen Orten statt. Häufig gehen sie mit Gewalt gegen Unbeteiligte oder Vandalismus als Straftatbestand einher. Die Beteiligten begründen ihr Verhalten sehr häufig mit dem Wunsch nach Nervenkitzel oder Argumenten, die männlichen Urinstinkten wie Machttrieb und Anerkennung entsprechen. Auch das Gemeinschaftsgefühl spielt natürlich eine große Rolle.